Hallo Leute und willkommen zum dritten Video unseres Albanien Roadtrips. Ich stehe hier im absoluten Slowfood-Paradies von Albanien, das nennt sich Mrisi Sanave. Ja und im letzten Video war ich ja noch am Kaprodon und auf der Strecke vom Kaprodon hierher nach Fischte gibt es drei Abstecher, die ich euch sehr gerne empfehlen möchte. Und wir legen gerade los. Der erste Abstecher ist der zum Aussichtsberg Latsch und dort oben befindet sich ein wunderschönes Kloster. Die Zufahrt zum Klosterberg erfolgt durch den Ort Latsch. Ja und im Ort beginnt dann schon das Sträßchen rauf auf den Klosterberg. Da gibt es ein paar enge Haarnadelkurven, aber mit unserer 7-Meter-Kiste war das kein Problem. Hier sieht man es gut, die ganze Strecke gibt es solche Stände, an denen religiöse Andenken verkauft werden. Von hier oben hat man eine super Sicht auf die Rodon-Bucht. Und ja, es gibt wieder Kühe auf der Straße, aber wenn man sich ihnen nähert, dann machen die dann schon Platz. Ja und da oben ist dann auch schon der Parkplatz. Das hier ist das Kloster. Nicht sehr groß, aber sehr schön. Das ist ein richtiger Wallfahrtsort hier mit einem riesigen Kreuz auf dem Berg. Ja und zu diesem Kreuz, da fliegen wir jetzt mal mit der Drohne hin. Auf dem großen Parkplatz, den ihr da unten seht, kann man übrigens mit dem Camper sehr gut für eine Nacht stehen. Der zweite Abstecher geht zur Lagune Patoc. Dort gibt es nicht nur wunderschöne Natur, sondern vor allem ganz tolle Fischrestaurants. Die Zufahrt zur Lagune erfolgt über einen langen, asphaltierten Damm. Das Ganze hier ist ein Naturschutzgebiet, also es liegt schon mal deutlich weniger Müll herum als sonst. Typisch für diese Lagune sind die Pfahlbauten. Und natürlich gibt es auch wieder Bunker. Die Pfahlbauten werden heute überwiegend als Fischrestaurants genutzt. Auf geht's zu einem Rundflug! Das war's! Die Pfahlbauten Untertitelung des ZDF, 2020 In einem solchen Pfahlbau sitze ich jetzt und genieße natürlich ein leckeres Fischgericht. Es gibt knackigen Salat, es gibt geröstetes Brot mit Olivenöl und es gibt fangfrischen, gegrillten Fisch. Also hier an der Lagune gibt es genügend tolle Fischrestaurants. Der dritte Abstecher geht zur Wanderdüne in der Nähe von Shengjin. Die wandert nämlich den Berg hoch. Ja und das ist schon sehr außergewöhnlich. Los geht's und hier bin ich schon auf der Zufahrtsstraße nach Shengjin. Der Ort selber hat eigentlich nicht viel zu bieten, da kann man gerade durchfahren. Ich bin interessiert am nördlichen Strandabschnitt hinter dem Städtchen und der Weg dahin führt durch ein ehemaliges Militär-Sperrgebiet. Aber der Soldat, der da steht, der lässt mich durchfahren. Nach wenigen Minuten ist das ehemalige Militär-Sperrgebiet durchfahren und ich befinde mich auf einer kleinen Küstenstraße. Tja, die Straße, die endet da hinten am Strand und jetzt kommt die Gretchenfrage, reinfahren in den Sand oder nicht? So, ich stehe jetzt hier auf dem Strand. Die Wanderdüne ist irgendwo da hinten und eben kam einer raus hier aus dem Häuschen da oben und hat gesagt, es sei nicht gut, da mit dem Laster da reinzufahren. Der Sand ist viel zu weich. Also, wozu hat man Füße? Ja, die Fahrspur, die verliert sich hier langsam im Sand. Und der Sand ist hier schon extrem weich. Also, da hätte ich mindestens den Reifendruck im Benz massiv reduzieren müssen, wenn ich diese Strecke tatsächlich gefahren wäre. Da habe ich jetzt aber keine Lust drauf. Also, laufe ich zu Fuß. Hier stehe ich nun bei der imposanten Wanderdüne. Die ist gut 50 Meter hoch und 600 Meter lang und wird vom Wind immer weiter nach oben in den Berg getragen. So, nach diesen drei Abstechern geht es jetzt hier zum Slow Food Paradies. Und ich zeige euch zuerst mal eine Drohnenaufnahme, damit ihr mal einen besseren Überblick bekommt über diesen tollen Platz, umgeben von wirklich schöner Natur. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Bei diesem Agrotourismo werde ich jetzt sicher drei bis vier Tage bleiben und ich nehme euch jetzt mal einen ganzen Tag lang mit und zeige euch mal, was man hier so alles entdecken kann. Der Inhaber, der heißt Altin, der hat mir erlaubt, dass ich ein bisschen hinter die Kulissen schauen darf. Bei den Ziegen fange ich mal an. Wenn die gerade keine Jungen haben, dann wird die Milch verwendet für den Käse, den ihr später noch sehen werdet. Ja, und wenn sie Junge haben, dann gibt es eben am Abend auch ab und zu mal Babyziege auf dem Teller. Aber nicht nur hier von dem Betrieb, sondern die werden zugeliefert von Betrieben aus der gesamten Region. Und auch die Kuhmilch ist für den Käse bestimmt. Tagsüber haben die Ziegen freien Auslauf auf der Wiese, also die haben es echt gut hier. Ebenfalls draußen rumlaufen dürfen auch diese Gänse. Täglich zwischen 9 und 10 Uhr am Morgen setzen sich diese über 600 Gänse in Bewegung, um zu ihrer Wiese zu laufen. Normalerweise sind das hier sogar über 2000 Gänse. Wie überall in Albanien kann man auch auf diesem Grundstück wieder verschiedene Bunker sehen. Und in einem der größeren Bunker ist der Verkaufsladen untergebracht. Ja, und da kann man all die leckeren Sachen kaufen, die hier im Betrieb hergestellt werden oder eben von Familien aus der Region zugeliefert werden. Ja, Leute, und all diese leckeren Sachen kann man hier tatsächlich auch probieren. So, jetzt fliegen wir mal kurz rüber zum Produktionsbetrieb, der ist 400 Meter entfernt. Und da unten, da sind all die Felder, wo die frischen, leckeren Sachen herkommen. Ja, das da unten, das ist Weinanbau. Aber der Betrieb verfügt noch über viele weitere Anbauflächen. Jetzt bin ich beim Produktionsbetrieb und das ist ein sehr interessantes Gebäude, denn früher, in der alten Zeit, war das mal ein Gefängnis. Und jetzt schaue ich bei jeder Tür mal rein, um zu gucken, welche kulinarischen Geheimnisse man dort entdecken kann. Genau, hier wird der Käse gemacht. Ein Teil dieser Käse gehen hier in die großen Holzfässer und dort lagern sie dann entweder in Rotwein oder sie bekommen ein Granatapfel-Aroma. Beides unfassbar lecker. Tja, wer ein Käseliebhaber ist, der wird aus diesem Käselager gar nicht mehr raus wollen. So, schauen wir mal, was sich hier versteckt. Ja, das ist der Bereich, in dem das Gemüse verarbeitet wird und eben auch das Obst. Das heißt, im Sommer ist hier die absolute Hölle los. Ja, und das Obst wird insbesondere zur Marmelade verarbeitet. Hier bin ich nun in den heiligen Hallen der Weinherstellung. Und die machen hier schöne Weißweine, Roséweine und Rotweine. Ja, und ein Teil der Produktion wird auch hier in diesen schönen Holzfässern ausgebaut. Die Mitarbeiter hier sind übrigens gerade beschäftigt mit der Abfüllung und Etikettierung des 2020er Jahrgangs. Hier bin ich in der Räucherkammer und es duftet wunderbar nach geräuchertem Käse. So schaut er aus. Ja, und wenn ihr euch fragt, wo sind denn die geräucherten Würste? Die sind einen Raum weiter. Schaut mal hier. Der ist voll mit geräucherten Würsten, Schinken und sonstigen leckeren Sachen. Das ist das absolute kulinarische Paradies hier. Und wie es sich für ein richtiges Argo-Turismo gehört, backen die hier auch ihr eigenes Brot und haben dafür ihre eigene Mühle, mit der das Getreide zu Mehl verarbeitet wird. Es geht jetzt zurück zum Restaurant. Hier bin ich. Es ist noch Vormittag und es sind noch kaum Gäste da. Was wirklich auffällt ist, dass die Umgebung hier sehr liebevoll und schön gemacht ist. Und jetzt geht's die Stufen hoch ins kulinarische Paradies und ich bin echt gespannt, was mich da erwarten wird. Bevor es nun ins Restaurant geht, möchte ich euch aber noch eine Flugaufnahme zeigen, wie es nämlich hier ab dem frühen Mittag ausschaut. Das füllt sich immer mehr und am Abend ist es hier richtig voll. Wer übrigens länger in diesem schönen Argo-Turismo bleiben möchte, der kann das in diesem schicken Gästehaus tun. Das liegt direkt oberhalb vom Restaurant. Jetzt aber ins Restaurant und was ich hier sehe, das lässt mir schon mal das Wasser im Mund zusammenlaufen. Mich zieht's nun aber zuerst mal in die Küche. Aber nicht nur drinnen wird gekocht. Es gibt auch eine Außenküche und da entstehen auch sehr, sehr leckere Sachen, wie zum Beispiel diese aromatischen, knusprigen Börek. Und hier werden gerade die bekannten Fleischspieße zubereitet und die gibt's dann gegrillt. So, jetzt wird's aber Zeit, dass ich das alles mal selber probiere. Los geht's mit einem Starter mit einem schönen Frischkäse im Zentrum. Weiter geht's mit einer Börek-Auswahl und verschiedenen Mix-Pickles und ihr habt ja gesehen, wo die hergestellt werden. Jetzt gibt's eine Auswahl an Gemüsen. Dazu eine Platte mit geräuchertem Käse, geräuchertem Schinken und zwei sehr aromatischen Weichkäsen. Tja, und das hier ist das schwierige Thema. Das ist die Babyziege. Aber ich muss sagen, schmecken tut sie ausgezeichnet. Zum Schluss gibt's noch Cheesecake und Granatapfel. Und ich bin ja nun wirklich kein Foodblogger. Aber dieses Menü war einfach nur klasse. Drei Tage war ich jetzt in diesem tollen Agriturismo. Und ich muss sagen, ich bin echt begeistert. Nicht nur über die Freundlichkeit der Menschen hier, sondern auch über die schöne Natur drumherum und selbstverständlich auch von dem tollen Essen. Jetzt geht's weiter in den Norden von Albanien zum Skodra See. Zum Schluss in diesem Video gibt's nochmal eine schöne Drohnenaufnahme vom Sonnenuntergang gestern Abend hier beim Agrotourismo. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Dann lasst doch einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Ja, wie schon erwähnt, im nächsten Video geht's zum Lake Skodra, also noch weiter in den Norden von Albanien. Ja, schön, wenn ihr auch dann wieder mit dabei seid. Bis dahin, ciao. Daumen nach ... Vielen Dank.